Hallo Leute, willkommen bei Nachtproduktion Gaming. Heute mit dem Spiel des Monats. Heute geht es um Tetris. Heute ist auch meine Co-Moderatorin Lucy dabei. Sag mal Hallo Lucy. Ja, sie ist heute nicht sehr gesprächig. Also zurück zu Tetris. Tetris habe ich früher auf dem Gameboy auch rauf und runter gespielt. Allerdings muss ich dazu sagen, meine Mutter war besser. Und heute spiele ich auf der Switch Tetris 99. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr eingerostet. Ich freue mich schon auf das Spiel. Also lehnt euch zurück und genießt das Spiel. Und ihr könnt mir ja meine Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Also lehnt euch zurück und genießt das Spiel. Und vergisst mir nicht, einen Daumen hoch zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und um nichts zu verpassen, abonniert diesen Kanal. Und ich sage jetzt schon mal Dankeschön und bis bald. Fertig. Los. Los. Musik 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 Music Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020